So, ähm, was gibt's denn hier oben? Ach du Scheiße. Kevin? Ja? Konntest du mir doch irgendwie die erste Tür aufmachen? Ja, die, das ging. Wieso? Ja, du, du, dann mach mir die doch doch mal auf und dann die andere. Nee, die, die von innen kann ich nicht öffnen, die da. Mach nochmal das gleiche, was du eben gemacht hast. Ach so, das hier? Ja, dann geh hier. Ah, okay, und jetzt bist du da. Hey. Ja, geh halt durch. Halt, lass ihn da, wir müssen doch da hoch. Was ist denn Larry? Was ist das hier? Was macht der hier? Ah, der macht eine Tür auf. Da ist nichts. Das ist not a checkpoint. Ich esse mal einen Keks. Was ist mit Keksen? Ich esse ihn. So, dann hier hoch. Und jetzt, ähm, gibt's hier Wege. Der hat zwei. Jetzt bräuchten wir eigentlich Larry. Warte, ich weiß nicht, ob ich ihn dir hochwerfen kann. Nee, bestimmt nicht. Ja, mal gucken, dann kann ich da hoch. Warte, ach so, wenn ich doch hier, 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 ja. So, dann, ähm, hierhin, Larry. Larry. Larry, fari. Hä, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann komme ich zu diesem Schild, not a checkpoint. Lol. Ja. Ah, oh, scheiße, ist das, das musst du voll timen. Drück mal diesen Knopf, ja, genau den, ach du scheiße. Muss ich, ich muss da runter springen und genau dann reinspringen, wenn du es aufmachst. Okay, sag, wenn du bereit bist. Bin bereit. Drei. Zwei. Eins. Ah, nein. Fuck. Okay, das heißt, ich muss warten. Nachdem du gesprungen bist, muss ich es erst aktivieren. Oh Gott, und jetzt kommen wir nicht mal in den Block. Doch wir können ihn noch zerstören. Mein Larry. Ach, Mist. Madame, ich lass ihn den. Ja, gib ihn mir wieder hoch. Larry, komm her. Hallo, Larry, süßer, oh. Ich erfinde jetzt eine Stimme für Larry. Ich sehe schon, das ist Liebe. Ach, ihr scheiß Freund. So, ähm, nochmal. Okay, ähm, drück. Also drück die ganze Zeit, vielleicht schaffe ich es ja mit Glück. Wenn ich richtig time. Okay, 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 ja. Geil. So. Ich kann dich leider nicht schlagen. Nimm den Larry wieder mit. Ach so, Larry. Larry. Larry, komm süßer. Larry ist mein Gott. Hier geht's auf. Da steht. Larry ist also your Gott. Ja. Kriege ich den Block bitte mal. Äh, hier geht's auch lang. Okay. Nicht. Und hier, was gibt's hier? Auch nichts. Oh, toll. Supi. Fuh. Was ist denn hier? Ach so, Larry ist hoch. Oh, okay. Stimmt. Wie du ihn aus deinem Mund ausgespuckt hast. Sei fast so aus, dass du Larry nicht lieb. Oh. Ähm. Guck mal, was der Schalter... Ach, das macht das da oben. Ähm. Kannst du einen Larry nochmal abbauen und mir hochschmeißen. Ähm. Das ist ja das Problem gerade. Ähm. Loll. Wie soll ich ihn dir da hochgeben? Und gleich wird er. Ach nee, hier so. Spring. Na, spring. Spring. Spring doch. Ich erst mal ein Guck hier. Ich schieße dich ab. Wenn du nicht gleich da hinspringst. So, was können wir denn jetzt unterhaltsames sagen, während er kurz gleich wieder da ist? Ähm. 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 Ah, ja, danke. Sorry. Ach, da ist er ja schon wieder. Ja, mein Vater wollte hier kurz rein. Ach so. Äh, das ist blöd. Und jetzt? Bring Larry with you forever and ever. Ähm. Du musst mir irgendwas... Nee, hier, guck mal, du musst mir doch den Block hier. Nee, du musst mir den Block. Wie, welchen denn? Hier ist kein Schalter. Nee, den Larry-Block musst du mir wieder... Ach so. Bring. Den muss ich dir da durchwerfen. Ja, werfen mir durch. Was? Nee, also so wollen wir das nicht verstehen. Larry, komm her. Dass du Spaß haben. Larry, der Spaßvogel. Ey, warte mal erst mal gucken, was es hier gibt. Das ist ein Knopf. Macht der Knopf irgendwas? Ähm. Ey, aufh, jetzt kommt Larry runter. Nee, doch nicht. Hä? Wie jetzt? Macht der Knopf was? Ich höre irgendeine Tür. Ich auch. Ist das vielleicht die Tür hier oben? Welche? Ja, ich muss sie auch irgendwie hoch, weißt? Ja, aber ist das vielleicht, äh, geh nochmal ganz kurz in den Jumpman-Wand-Part. Ja, hier bin ich. Geht die Tür oben? Nee, geht nicht, nee. Nicht? Das ist irgendwo anders, das ist... Ist das hier hier vorne, die Tür? Ach, ist die Tür hier vorne? Oh. Ach, ja. Schade. Warte mal, wie müssen wir das jetzt machen? Das hat Larry. Schön. Ey, ja, klar, gib mir Larry, gib mir Larry, gib mir Larry, gib mir Larry. Ich muss dir auch helfen, hier hochzukommen. Ja, irgendwie soll ich auch mal da hoch... Oh, guck mal, was da fließt. Ja, ich bin blöd. Jetzt war ich's wieder weg. No. Larry. Schätzchen. Lass ihn nicht wegschwimmen. Oh, er ist leider runtergefallen. Hä? Äh, bring Larry with you forever. Ach so, das war das... Äh, du müsstest jetzt mal entweder gehe ich hier rüber, ja, ich gehe mal hier rüber. Äh, oh, die Tür ist offen. Ah, warte. Genau. Ich komm nicht rein, jetzt. So, oh. Ein Schalter. Oh, ein Schalter. Oh, ein Schalter. Oh, ein Schalter. Oh, ein Schalter. Oh. Oh, ein Schalter. Raum. Fünf. Drei. Acht. Acht. Ich weiß. Ähm. DB-3-Jal. Haben wir einen Larry noch? Äh, scheiße. Ach, was, den brauchen wir bestimmt nicht. Genau. Oh, doch, hier, schau mal, wir brauchen ihn noch. Watch out, this will make Larry very, very mad. Hey, du hast ihn dir gecheatet? Ich hab schon wieder Zombies gehört. Hast du ihn dir gecheatet? Nein. Ach so. Den hab ich mitgenommen. Äh, wo sollen wir denn jetzt lang? Hier oder da? Weiß ich nicht. Ach so. Hast du dir jetzt Larry so geholt oder gecheatet? Ich hab ihn mir so geholt, ich hab ihn schon. Ich hab ihn vorhin mitgenommen. Ach so, okay. Äh, this door will open once Larry has been increated. Weil wir den dann wirklich brauchen nachher. Okay, ich verzauber jetzt mal mein Schwert auf Level 7. Ah, komm, mein Checkpoint. Schärfe 1. Oh, ja. Checkpoint C sind wir schon. Wann haben wir B aktiviert? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wo geht's hier hin? Ähm. Ähm. Hier ist ein Hebel. Aber hier kann ich nicht durch. Ach, Mist. Ein Sekret. Geht damit vielleicht die Tür unten auf? Guckst du mal bitte? Ja, und drück. Nee. Das ist eine andere. Ist das vielleicht die Tür da drüben? Ach ja, ist die Tür da drüben? Äh, ich will mal lesen was. I hope you're not to attest to your brother. They probably won't have long to live after they ingrained. They overpushed this button to let you in. Nein. Nochmal bitte. Ach, ich häng immer an der Tür fest. Du wirst nicht lange überleben. Warum tust du das? Ich dachte, wir wären Freunde. Das, äh. Erinnert dich an all die guten Zeiten. Bitte geh zurück. I'm not kidding. Was heißt kidding? Äh, ich mach keine Scherze. Ich mach keine Scherze. Geh zurück. Now all you will pay. Oder du wirst dafür bezahlen. Ja. Stopp. Geh zurück. Oder du wirst sterben. Oh mein Gott. You fool. Oh dear you. Scheiße, der Kopf ist eine Spinne. Ah, shit. Töter sie. Nee, das sind die verzauberten, die starken Spindchen. Oh. Äh. Go back. Ich werde for any value. Scheiße, geht weg. In pitiful life. I will kill you and re-rape your soul. What the fuck. The insane, was the insaneeratinator. Alter, nein, hör auf. Mann, ich schaff das nicht. Was denn? Ich werde versuchen, den Knopf zu drücken und dann reinzurennen, aber es reicht nicht. Zeitlich. Larry. Nein. Nee. Larry, rette mich. Oh, da ist irgendwas aufgegangen. Wo? Weiß ich nicht. Nee, doch nicht. Hat sich doch angehört. Komm, was ist hier? Hey, hier kann ich doch gar nichts machen. Ist ja schwul. Oh. So schwul. Da muss irgendwo ein versteckter Schalter sein. Also hier muss irgendwo ein versteckter Schalter sein. Klar. Echt? Ja, irgendwie muss es ja weiter. Ach nee, bei mir ist die Tür aufgegangen. Sorry. Ich will. Äh. Glückwunsch, dass ihr es so weit geschafft habt. Ähm. Um weiterzumachen. One of you must dispose of Larry de Magenta, wo... Okay, has served his proposal. Blablabla. And must now be in created, because we told you to beware Larry probably won't be too happy. Ähm, wir sollen jetzt Larry also verlassen. Was? Ja. Nee. Larry wird traurig sein. Nein. Also ich lass dich jetzt da raus. Komm, komm mal mit. Ich will aber Larry nicht verlassen. Ja, aber wir müssen Larry übrig lassen. Jetzt auch mein bester Freund. Ach komm, Larry war immer so ein kleiner Lappen. You fool. Äh, so jetzt mach mal. Alter. So. Ach, Alter. 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 Ach komm, wir nehmen ihn einfach mit. Pssst. Pssst. Ach so, du weißt... Oh, du bist verschwunden. Oh. Hm, Zwinker. So, was steht denn hier? Äh, 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 hä, was? The Great Man? Also 9. Das große Labyrinth. Ich glaub, wir laufen uns jetzt bis hin. Ach, hier ist ein Checkpoint. Ah, hä, echt? Ach, für das hier, ja. Yes, you can stand on these things... Oh nein, ich hole mir wieder Fackeln. Fackeln sind schön, Fackeln sind toll. Wo hast du die Fackeln her? Ich hatte die schon immer dabei. Was ist das? Oh, was ist das? You can stand on these things too. Oh, natürlich. Ja, aber früher hat er gesagt, äh, nur mit Diamanten. Hier gibt's nochmal, äh, Fackeln. Ich hab's ja alle. Hier kriegst du ein paar. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Äh, nimmst du mal mein ganzes Zeug und dann spring ich mal darüber. Nein. Doch, ich mach das Jumpen dran. Nein, das ist nur ne optionale Challenge. Das musst du nicht machen. Das will ich aber. Ja, aber dann stirbst du. Ja, ich tu meine ganzen Sachen durch in die Kiste. Und wir haben noch lange nicht geschlafen, das heißt, du musst lange lau... Oh. Wehe, du stirbst. Äh, was steht hier, you fool, what if you fall in? Was ist, wenn du reinfällst? Äh, guck mal hier, ja, guck mal, geil, was. Glückwunsch, äh, nimm dieses Zeug und... If you're partner, if you make it back, let's have fun. Teil es mit mir. Nein. Okay, dann behalt's halt. Ich scherb alle geilen Tränke. Wow, geil. Alle Farben. Wehe, du schaffst es nicht. Dann schlag ich dich aber. Jetzt soll ein großer Druck der auf mir... Ah! Wow. Du hast Schaden bekommen. Wie auch immer ich Schaden bekommen hab. Äh, guck mal, du kriegst ein Dierschwert. Wow, hab ich noch nicht. So, ich tu das Dierschwert jetzt mal in mein Inventar. Ja. Brauchst du ja noch nicht. Doch, eigentlich brauchen wir jetzt das Dierschwert, weil hier so viele Mobs sind. Ja, aber du hast ja schon ein Dierschwert. Ja, aber du hast noch nicht. Ja, jetzt hab ich ein Dierschwert. Ja, schön. Ja, toll, hm? Ja, sehr schön. Ich seh schon, du freust dich übelst. Ja, ja. Ja, find ich gut. Also, ja, find ich auch toll. Toll, hm? Oh, ich bin schon... Oh, cool, ich bin Level 13. Was? Ich will auch töten. Lass dich doch ein Mist da. Ich hab gerade ein Mops getötet. Alter, warum hast du denn ein Dierschwert? Ich find's schön, dass hier keine Creeper spawnen. Nein, nein, nein. Rage Mode. Alter, das ist wieder so ein Villager, die sehen hässlich aus. Ja, die gucken einfach so hässlich. Ich brauch was zu essen. Aus. Ich brauch was zu essen. Ich brauche was zu essen. Gib mir deine Erfahrungspunkte. Nö. Oh, die hören nicht mehr auf zu spawnen. Wir müssen da endlich rein und, ähm, die Fackel... Nein, ich will noch ein bisschen kämpfen, nämlich die... Ach. Scheiß drauf. Lass mich kämpfen. So. Nein, lass die Fackeln. Die Fackel, da ist sinnlos gewesen. Nee. Doch, doch. Wo geht's jetzt weiter? Wir werden hier niemals entkommen. Hä? Lol. Wo geht's weiter? Warte, ich guck mal. Ey, wenn ich mich hier draufstehe, was passiert? Äh, hier geht's auf. Dann geh doch mal durch. Oh, guck mal, hier bin ich jetzt. Wo bist du jetzt? Hier so. Hallo. Guck mal, ich werf dir was zu. Wow. Cool, wie wenn ich davon nicht schon genug hätte? Guck mal, ich schieße dich damit ab. Nicht, wenn ich mich verstecke. Mist. Ach Gott, ist das groß. Ach, was passiert, wenn ich hier jetzt draufgehe? Äh, warte, ich guck ganz kurz. Nee, das ist bei mir in der Nähe gewesen. Das kann gar nicht bei dir sein. Nee, ist bei dir. Ja.